pünktlich zum neuen jahr hat let's dance star cheyenne ochsenknecht eine tolle nachricht zu verkünden alle infos hier süße nachrichten von let's dance star cheyenne ochsenknecht pünktlich zum jahreswechsel hat die 22 jährige ihre fans mit einer ganz besonderen botschaft überrascht und ihr glück damit offiziell gemacht let's dance star mit süßer baby überraschung denn cheyenne ochsenknecht wird wieder mama das hat sie jetzt mit einem instagram post ganz offiziell verraten pünktlich zum jahreswechsel haben sie und ihr mann ninho ein babybauch foto bei instagram geteilt dazu schreiben sie 2023 und viel gewinnt ihre fans sind angesichts dieser nachricht natürlich ganz aus dem häuschen ich freue mich so schreibt jemand juhu herzlichen glückwunsch ich freue mich riesig für euch kommentiert jemand anderes beide reihen sich damit bei hunderten glückwünschen ein die das paar auf der plattform erreichen cheyenne ochsenknecht nachwuchs schon länger geplant damit darf sich cheyenne ochsenknechts kleine tochter also im kommenden jahr auf ein geschwisterchen freuen dass ihr kleines mädchen kein einzelkind bleiben soll stand für die 22 jährige übrigens schon länger fest schon bei ihrer let's dance teilnahme anfang des vergangenen jahres verriet sie dass sie gerne nachwuchs hätte anfang dezember wurde sie dann bei instagram noch konkreter wie rtl berichtet in einer fragerunde in ihrer instagram story bestätigte cheyenne ochsenknecht dass sie sich ein zweites kind wünscht und das auch schon in planung sei damals hieß es aber noch es passiert wenn es passiert aber wir arbeiten jetzt nicht kontinuierlich dran und und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020